Nun kommen wir endlich mal wieder zu einer Buchvorstellung. Das war ja jetzt in den letzten Wochen leider nicht so, aber ich hoffe, es wird jetzt wieder regelmäßig oder regelmäßiger. In der Zwischenzeit hat der Fester Verlag ganz viele neue Bücher gedroppt, von, also, einige wirklich fantastische. Und ich muss auch an dieser Stelle mal loben, dass die, ich weiß, don't judge a book by its cover, aber an dieser Stelle muss ich schon loben, dass die Covergestaltung sich enorm gebessert hat und ich finde das sehr, sehr, sehr schick. Allein diese Aufmachung, die Schrift, ich finde das sehr ansprechend. Und von Joe Arlensdale haben wir auch schon Moonlake mal gelesen und da fand ich auch die Covergestaltung sehr schön und ich finde, der Fester Verlag hat sich richtig toll gemacht. Und ja, ich lese euch jetzt erstmal den Klappentext vor und dann erzähle ich euch erstmal was dazu. Ed verkauft Gebrauchtwagen, ein Geschäft, das auf manipulierten Kilometerzeilzählern, kaum lesbaren Kleingedruckten und der Überzeugung, dass Käufer besser aufpassen müssen, beruht. Er träumt von einer besseren Zukunft und das ist genau das, was seine alkoholkranke Mutter sich wünscht. Denn sie nervt Ed ständig, endlich etwas zu tun, das seiner Hautfarbe würdig ist. Als er einen Cadillac an Frank und dessen schöne Frau Nancy ausliefert, bekommt Ed endlich die Chance, seinem miserablen Leben zu entkommen. Denn Nancy hat die Nase voll von dem Trottel, der ihr Ehemann ist. Sie beginnt eine Affäre mit Ed und steckt vor, er soll Frank töten, damit sie an seine Versicherungspolize kommt. Ein verlockendes Angebot. Die Frau, das Auto und jede Menge Geld. Aber hat Ed das Zeug dazu, den Plan durchzuziehen? An dieser Stelle hat auch der Fester Verlag einen kleinen Disclaimer reingeschrieben, muss ich mal lobend anerkennen, dass rassistische und diskriminierende Begriffe und Äußerungen getätigt werden im Text, die aber nur geändert werden, wenn sie einfach nur dazu da sind, um zu diskriminieren. Aber wenn sie dazu da sind, um eine Handlung oder eine Charakterbeschreibung zu machen, weil damals so gesprochen wurde, in der Zeit, in der das spielt, und es aber nicht beabsichtigt wird, dann hat der Fester Verlag das so gelassen. Werde ich hier nicht reproduzieren, aber möchte ich an dieser Stelle nur sagen, dass mittlerweile ein Disclaimer drin ist, was ich gut finde. Ja, das ganze Buch ist im Noir-Stil. Und ihr kennt ja diese alten Detektivfilme vielleicht, die so schwarz-weiß sind, wo so ein rauchender Detective durch eine Jalousie guckt. Das ist dieser Noir-Stil. Und mein absoluter, absoluter Lieblingsfilm, der ist auch so ähnlich wie das Buch. Und ich muss die ganze Zeit an diesen Film denken. Den Film kennen die wenigsten. Also wenn ihr wirklich mal einen richtig tollen Geheimtipp haben wollt, was ein sehr guter Film ist, dann schreibt euch das jetzt auf. Der Film heißt Ohne Gewissen. Aber wenn ihr Ohne Gewissen googelt, findet ihr den nicht sofort. This World When the Fire Works. Das ist eine Buchverfilmung mit Billy Zane. Das ist der Verlobte von Rose David Bukater, also Kate Winslet aus Titanic. Billy Zane. Ich liebe ihn. Und es ist seine beste Rolle in diesem Film. Ohne Gewissen heißt er auf Deutsch. Und der ist auch so noir-mäßig. Und naja, die Handlung in diesem Film ist sehr wild. Das ist alles ein bisschen komisch. Aber der Film hat mich irgendwann mal gecatcht. Und so war das Buch. Und darum hat mich das Buch auch sofort in seinen Bann gezogen. Die Kapitel sind relativ kurz, wodurch das Buch sich gefühlt viel schneller lesen lässt. Und ich habe das Buch an einem Tag durchgelesen und war sehr begeistert. Es ist natürlich, wenn man eine Wendung erwartet, weiß man schon so ein bisschen, in welche Richtung es geht. Nichtsdestotrotz, es ist so ein bisschen schwarzer Humor, es sind lockere Dialoge und es sind ekelhafte Charaktere, die man einfach nur hasst. Deswegen würde ich sagen, wir fangen einfach mal an. Lehnt euch zurück. Ich lese euch den Anfang vor. Wenn ihr das ganze Buch, wenn ihr wissen wollt, wie es endet, müsst ihr das selber lesen. Das tut mir leid. Aber ihr findet das Buch im Festa Verlag auf der Homepage und bei jedem Buchhändler eures Vertrauens. Ich faltete den Scheck zusammen, steckte ihn in meine Hemdtasche und bemühte mich nicht zu grinsen. Der Ehemann, ein Mr. Deidre, hatte gerade einen gebrauchten Buick gekauft, der schon länger bei uns gestanden hatte. Und seine Frau, eine hübsche kleine Person in rosa Chiffon und dämlichen weißen Rüschen, schien darüber glücklich genug zu sein, um ihren Mann die ganze Nacht lang zu beschäftigen, so dass er nicht traurig darüber sein würde. Der Buick, den sie gekauft hatten, war zwar erst ein paar Jahre alt, Baujahr 1962, aber er war hart drangenommen worden und hatte irrwitzig viele Meilen auf dem Tacho. Sein Vorbesitzer, ein 17-Jähriger, war immer gerast. Seine Eltern hatten ihm den Wagen weggenommen und ihn gezwungen, einen Job als Einpacker im Piggly Wiggly anzunehmen. Ich wusste, wie scharf und wie viel der Wagen gefahren worden war, weil ich den Tacho so weit zurückgestellt hatte, dass ich behaupten konnte, er habe einer kleinen alten Lady gehört, die ihn gekauft habe, um damit sonntags in die Kirche und montags zum Supermarkt zu fahren. Sie sei überraschend gestorben und ihr Sohn habe dem Buick in Zahlung gegeben, weil er selbst keine Verwendung für ihn hatte. Einfache Story, einfache Lüge. Ich hätte das Getriebe ein bisschen überholen lassen, aber wenn das Paar in den nächsten Tagen mehrmals starke Steigungen befuhr oder es irgendwann eilig hatte, würde das Scheißgetriebe versagen, wenn der Kühler ihm nicht zuvor kam. Er hatte ein kleines Loch, das sich verstopft hatte, aber dieser Pfropfen glich einem Kaugummi in einem Loch im Hoover-Staudamm. Er würde nicht halten. Er funktionierte hauptsächlich per Ehrenwort, das er nicht hätte geben sollen. Aber als Ausgleich für das alles war der Buick überteuert und seine Reifen viel schlechter, als sie aussahen. Bis sie herausfanden, dass sie in eine Schrottkiste gehörte, deren Reparaturkosten den Kaufpreis übersteigen würden, war es sicher schon zu spät. Mein Boss, Smiling Dave, der Besitzer des Gebrauchtwagenhandels, arbeitete nach dem Prinzip, dass jeder Wagen, der bezahlt vom Platz rollte, ganz dem Käufer gehörte, mitsamt allen etwaigen Problemen. Schecks von Kunden reichten wir eilig ein. Deirdre würde vielleicht wütend zurückkommen, aber er würde nicht viel ausrichten können. Die Regel stand auf unseren kleinen, schwarz-weißen Schildern. Die hatten wir überall stehen und sie besagten, alle Deals seien endgültig. Schilder gab es viele, aber sie waren klein und die Schrift war noch kleiner. So machten wir die Leute nicht gleich anfangs nervös. Diese Klausel stand auch in unseren Verträgen, aber die lesen nur wenige Leute wirklich und selbst wenn sie es tun, wollen sie ein Auto und kaufen es, wenn sie das Geld dafür haben. Schaffte ein gekaufter Wagen, bis auf die Straße war man erledigt und der Fall für uns auch. Außerdem war bekannt, dass ich ein paar Unzufriedene mit einem Schlag über den Schädel zur Vernunft gebracht hatte und Smiling Dave, ungefähr 110 Kilo fett, bei weniger als 1,75 Meter auf winzigen Füßen, hatte eine billige Pistole in einer Schreibtischschublade in seinem Büro, das auch mein Büro war. Ich hatte einen kleineren Schreibtisch und einen weniger bequemen Stuhl. Er saß mir gegenüber und ich konnte sehen, wie er wegen seiner Zigarre hustete und hören, wie er furzte und aus seinem quietschenden Drehstuhl herumrutschte. Das Büro rauch immer noch wie ein brennendes Tabaklager. Ich selbst rauche nicht, hässliche Angewohnheit. Mach dich kurzatmig, brennt Löcher in deine Kleidung und lässt dich riechen wie unser Büro. Mit Frauen, die rauchen, kann ich nichts anfangen. Ich küsse lieber eine, die nicht wie ein Aschenbecher oder Kautabak von gestern riecht. Ich kam ins Büro, gab Smiling Dave, die Adresse Scheck und empfahl ihm, ihn zur Bank zu bringen. Er schürzte die Lippen, als er den Vertrag und den Scheck studierte. Hast dir eine hübsche Provision verdient, Ed. Du machst deine Sache gut. Das sind jetzt drei Autos diese Woche. Genau, und eines von ihnen hält vielleicht sogar ein Jahr. Heute muss ich etwas früher gehen, muss einen Hund treten und eine alte Lady die Treppe runterschubsen. Leg dir kein Gewissen zu, Ed. Das ist schlecht für dein Bankkonto. Du kennst die Redensart. Der Käufer soll sich in Acht nehmen und lieber du bist abgefuckt als ich. Ich ging hinüber, setzte mich auf meinen kleinen Stuhl an meinem kleinen Schreibtisch und kniff die Augen wegen des Zigarrenqualms zusammen. Smiling Dave quietschte seinen Stuhl in meine Richtung und legte seine Zigarre in den großen Aschenbecher, den sein Sohn im Ferienlager für ihn getopfert hatte. Er sah aus wie einen klumpen Ton, in den jemand mit der Faust eine Vertiefung geschlagen hatte. Auf der Seite stand Dad, wie von arthritischer Hand gekritzelt. Ich hab was, was du für mich tun musst. Hol den roten Caddy zurück, den ich vor einiger Zeit einem Paar namens Craig verkauft habe. Verdammt, das war ein fast neuer Wagen. Yep, und im guten Zustand. Nicht unser üblicher Eimer voller Muttern und Schrauben und bester Wünsche. Ich hab nicht versucht, ihn gleich zu verkaufen, zu teuer und zur Abwechslung sein Geld wert. Ich hab ihnen Ratenzahlung zugebilligt, dem Paar, das ihn gekauft hat. Nur so konnte ich ihn für das verkaufen, was er wert ist. Hier kommen nicht viele Leute mit genug Geld rein, um einen kaum gebrauchten Caddy zu kaufen. Und wie hat die Frau ausgesehen? Ah, du kennst mich. Das steht fest. Ich würd sie nicht aus dem Bett schmeißen, weil sie Cracker ist. Das hab ich mir gedacht, wenn du dich auf so einen Deal einlässt. Hey, ich hab ihre Beine sehen dürfen, hab die Anzahlung und zwei Monatsraten gekriegt, aber dann nichts mehr. Ich hab versucht, sie anzurufen, hab einen Brief geschickt, keine Antwort. Hast du's mit einer Brieftaube versucht? Das wär's dann du, Ed. Du bist meine Brieftaube. Am besten nimmst du deinen Totschläger mit, vielleicht auch einen Schlagring. Ihr Mann ist ein ziemlicher Brocken, sieht nicht so aus, als könne er jeden Tag mit bloßen Händen einen Lastwagen umwerfen, aber ich denke, er könnte einem Kerl ein blaues Auge verpassen und ihm ein paar Zähne lockern. Okay, ich fahr nach der Arbeit hin. Nicht nötig, vermeint wegen in der Arbeitszeit hin. Teufel, ich zahle nicht genug für zusätzliche Arbeit. Du zahlst doch für reguläre Arbeit nicht viel, ein paar Dollar und Provisionen. Scheiße, Ed, du verkaufst eine Menge Autos, du kriegst eine gute Provision. Du brauchst keine Stecho zu bedienen, keine Krawatte zu tragen, du hast diese Sportsakos und Quasten an deinen Schuhen, die übrigens dämlich aussehen. Ha, sagt ein fetter Kerl mit Zigarrenasche auf dem Hemd. Smiling Dave schmunzelt er. Ja, aber ich hab meine Persönlichkeit, auf die ich zurückgreifen kann. Am späten Nachmittag, nach der Arbeit, trank ich in meiner Wohnung eine Tasse Kaffee und hörte Radio. Dann suchte ich die Unterlagen zusammen, die ich vermutlich brauchen würde und beschloss, rauszufahren und den Caddy zurückzuholen. Als erstes rief ich meine Schwester an und erklärte ihr, ich würde sie abholen und sie könne mein Auto für mich zurückfahren. Weil ich mich von dir rumkommandieren lasse? Fragte Melinda. Nein, weil ich dir 10 Dollar zahle. Klingt schon besser. Als ich die Wohnwagensiedlung erreichte, in der Melinda lebte, saß sie auf den Stufen und las ein Magazin. Ich hatte Schwierigkeiten, mir vorzustellen, dass sie jetzt 19 war. Sie war eine clevere und hübsche Frau geworden und die Vorstellung, dass sie in einer Fabrik für Aluminiumstühle arbeiten würde, ärgerte mich, obwohl ich selbst nicht gerade ein Vorbild war. Sie sah mich vorfahren, ließ das Magazin auf den Stufen liegen und stieg bei mir ein, wobei ihr lange schwarzes Haar ihre Schultern umschmeichelte. Hallo Bruderherz. Was zum Teufel trägst du da? Viele Leute nennen diese Dinger Shorts. Na, kurz sind sie jedenfalls. Du magst Frauen, die viel Bein zeigen. Ja, aber die sind nicht meine kleine Schwester. Willst du reinkommen und Mama besuchen, bevor wir losfahren? Na, nicht gerade jetzt, sagte ich. Die Adresse in dem Vertrag zeigte, dass die Craigs außerhalb der Stadt wohnten. Innen gehörte ein großes Grundstück mit einem Autokino, die High Tone Drive-In. Und daneben lag ein über einen Hektar großes, angezäuntes Gelände mit einem Metallschild über dem Eingang, auf dem Tierfriedhof stand. Umgeben war das Ganze von einem klasse Plankenzaun. Eine seltsame Wahl für jede Art Friedhof, aber so war's nun mal. Dort draußen gab es viel Gras und zwei Gebäude, beide ziemlich groß und eines war größer als das andere und schien eine Garage zu sein. An einem Rand des Friedhofs stand eine Baumreihe, hinter der sich eine kleine Straße davon schlängelte. Das Haus stand fast an der Straße und hatte eine mit Kies bestreute Einfahrt. Es war ein kleines weißes Holzhaus, das ein neues Dach und jemand brauchte, der den Rasen mähte. Es war von einem weißen Lattenzaun umgeben und hatte eine weiße Holztür und einen Fußweg aus Natursteinplatten. Der Caddy war nirgends zu sehen, stand hoffentlich in der Garage. Ich parkte vor der Gartentür. Melinda sagte, kein schlechtes Haus und du sagst, dass ihnen der Friedhof und das Autokino gehören? Ja. Mit zwei Geschäften müssten sie doch ein Auto abschottern können. Um mit dem Friedhof Geld zu verdienen, braucht man Haustiere, die begraben werden sollen. Aber vielleicht floriert das Autokino und das fahren viele Teenager. Ja, Jodie und ich fahren manchmal hin, damit wir rumhalbern können. Erzähl mir nichts weiter davon, Sis. Lass den Schlüssel für den Fall stecken, dass du schnell abhauen musst. Manchmal werden die Leute gewalttätig. Rutsch nach links, wenn ich ausgestiegen bin. Ich beugte mich an Melinda vorbei, holte den Totschläger aus dem Handschuhfach und steckte ihn in die Innentasche meines Sakkos. Verdammt, Ed, willst du eine Zahlung aus ihnen rausprügeln? Ich sorge nur vor, damit das Gespräch auf Ebene im Kiel bleibt. Ich stieg aus, öffnete die Gartentür und ging auf den Plattenweg zur Haustür. Ich klopfte an und bemühte mich nicht bedrohlich zu erscheinen. Eine Frau kam an die Tür und stieß die Fliegengittertür so weit auf, dass ich zurücktreten musste. Als sie ganz offen war, trat ich wieder einen halben Schritt vor und ließ sie von meinem Körper in dieser Position halten. Die Frau blockierte den Eingang, indem sie sich an den Türrahmen lehnte. Mrs. Craig nahm mich an. Sie schien ungefähr 25 zu sein. In einer Hand hielt sie ein hohes Trinkglas mit Blütendekor, das zu drei Vierteln mit einer rosafarbenen Flüssigkeit gefüllt war, die mich an Blut in Wasser denken ließ. Sie war auf billiger, aus der Flasche weise blond, hatte gewölbte Augenbrauen und Lippen, die einem Mann vielleicht auch manche Frauen zu allem überreden konnten. Sie trug kein Make-up, sie brauchte keines. Sie war barfuß mit langen, äh, gebräunten Beinen in schneeweißen ultrakurzen Shorts, die so knalleng waren, dass kein Schuhlöffel hineingepasst hätte, und in ihrer knappen blauen Bluse, die vorn mit einer Schleife geschlossen war, steckten weitere nette Sachen. Ich konnte ihren Nabel sehen. Es war ein hübscher Nabel. Aus diesem Nabel hätte ich gern Champagner oder Schokolade geleckt. Tatsächlich sogar Teichwasser, wenn sie das gerade darin gehabt hätte. Ihre Augen standen ein bisschen eng zusammen, und ich würde sagen, dass das ihr einziger Makel war. Die Art und Weise, wie diese schwarzen Augen mich musterten, als ich vollstand, wie ein Alligator, der kurz davor war, mich in den Kopf zu beißen und mit sich in tiefes Wasser zu ziehen, aus dem es kein Auftauchen mehr geben würde. Ich merkte, dass meine Hand nach dem Totschläger in meinem Sakko tastete. Das kann ich nicht recht erklären, aber ich erinnere mich daran, gedacht zu haben, sie ist nur eine Frau, eine Bildhübsche dazu, und du wirst keinen Totschläger brauchen. Mrs. Craig, sagte ich, die bin ich. Ist jemand zu Hause? Nö, denken Sie, dass ich geschäftliches nur erledigen kann, wenn er da ist? Ich bin wegen einer Sache hier, die ich mit Ihnen beiden besprechen muss. Gut gekontert, großer Junge. Darf ich reinkommen? Sie kreuzen hier auf, flächeln mich an und glauben, dass das genügt, damit ich Sie reinlasse? Das habe ich allerdings gehofft. Haben Sie meine Beine lange genug angestarrt? Nicht so lange, es Sie zu sehen gibt. Sie lächelte schwach, nahm einen Schluck aus ihrem Glas. Sie musterte mich wie ein Käufer einen Fisch auf dem Fischmarkt. Sie sehen wie jemand aus, den man aus der richtigen Zutaten zusammengemischt hat, hübscher. Oh, ich weiß nicht recht, ich fürchte, ich bin etwas zu salzig. Diesmal lächelte sie richtig. Sie hatte Zähne wie ein Filmstar. Wer ist das im Auto, Ihre Freundin oder die Fahrerin Ihres Fluchtautos? Ich sah mich um und stellte fest, dass Melinda wie angewiesen nach links hinter das Steuer gerutscht war. Sie winkte mir kurz zu. Meine Schwester, sie wartet auf mich, aber ich habe es nicht eilig. Kommen Sie rein, sagte sie. Sie ging ins Haus zurück und ich folgte ihr, wobei ich darauf achtete, das Fliegengitter nicht zutknallen zu lassen. Ins Wohnzimmerfenster war ein großer Swamp-Cooler eingebaut. Sein Luftstrom zerzauste und uns das Haar, als wir am Wohnzimmer vorbei in die Küche gingen. Die Hintertür stand offen, aber das Fliegengitter war geschlossen. Draußen sank die Armdämmerung herab, aber ich konnte von hier aus auf den Friedhof sehen und die beiden Gebäude im rückwärtigen Teil, die mit hohem Gras bewachsene Fläche zwischen ihnen und den Wald dahinter. Auf dem Küchentisch stand ein großer Glaskrug mit der rosafarbenen Flüssigkeit, in der Eiswürfelschwamm. Um den Tisch standen billige Stühle mit blauen Plastiklehen. Eines der Platzdeckchen aus Gummi wies einen Wasserring auf, der zum Boden ihres Glases passen würde. Sie setzte sich, ohne mir ein Stuhl anzubieten. Ich zog selbst einen heran, setzte mich, zog die mitgebrachten zusammengefalteten Unterlagen, die den Cadillac betrafen, aus meinem Sportsakko, legte sie hin und strich sie glatt. Sie fragte, was zu trinken? Ich wusste nicht, was in dem Krug war, aber es sah kalt aus. Und obwohl der Swamp Kula sich abmühte, schaffte er es nicht viel mehr, als die Luft zu befeuchten. Es war nicht besser, als riebe einem jemand das Gesicht mit einem warmen, feuchten Handtuch ab. Klar, sagte ich. Ich wusste, dass es besser gewesen war, wäre, die Sache hinter mich zu bringen. Aber irgendetwas ließ mich trödeln. Sie schien es keineswegs eilig zu haben, etwas zu erfahren. Warum sollte ich mich also beeilen? Sie stand auf, nahm ein Glas aus dem Hängeschrank und kam damit zu mir zurück. Ihre Bewegungen waren ein Sexballett. Sie stellte das Glas auf den Tisch, füllte es mit dem Zeug aus dem Krug und stellte es so vor mich hin, dass es halb auf der Gummimatte und halb auf dem Vertrag stand. Als sie sich setzte, griff ich nach dem Glas und probierte einen Schluck. Das Zeug war irgendein Erdbeerdrink, der genügend Whisky enthielt, dass man einen Aal darin hätte einlegen können. Das Möbelt einen richtig abends auf, sagte ich. Ja, ich dachte, ich würde vor dem Abendessen ein, zwei Gläser trinken und dann das Essen ausfallen lassen. Ich denke, ich sollte jetzt zur Sache kommen. Wie Sie wollen. Es geht um den Cadillac. Sie meinen den mit den ausstehenden Ratten? Genau. Ja, nun, ich habe in der Schorne dort drüben eine rostige Klapperküste stehen, aber keinen Cadillac. Aber sie haben einen Cadillac gekauft. Das war mein Mann und er ist nicht da. Er sitzt drin oder vielleicht sitzt er nicht drin und trinkt irgendwo, vielleicht fegt oder prügelt er, vielleicht beides gleichzeitig. Ich weiß nicht mal, wo er ist. Er ist seit ungefähr zwei Monaten fort. Er hat den Caddy mitgenommen und die Ratenzahlung eingestellt. In ein paar Wochen sind weitere Rechnungen fällig. Vielleicht muss ich mich nach einem Job umsehen, wenn ich nicht vorher auf den Strich gehe. Das war übrigens ein Scherz. Ich verstehe. Also hat er den Wagen? Ich weiß ziemlich sicher, dass ich das gesagt habe. Das haben sie allerdings. Weil die Raten überfällig sind, brauchen wir Geld oder das Auto. Sie können gleich bei mir bezahlen. Nein, das kann ich nicht. Ich habe kein Geld. Wann kommt jemand zurück? Kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Aber wenn er zurückkommt, mag er Montage. Dienstags kommt er selten zurück, aber die restlichen Tage sind ungefähr gleich. Wo arbeitet er? Reisevertreter. Was verkauft er? Lexika. Ach, kommen Sie. Im Ernst? Hören Sie, wie heißen Sie? Edwards. Und weiter? Ed Edwards. Verdammt, ist Ihr zweiter Vorname auch Ed? Die Sache ist die, Miss Craig. Nancy. Die Rechnung ist überfällig und wir müssen unser Geld bekommen oder den Wagen zurückholen. Tut mir leid, aber so funktioniert das eben. Wenn Sie etwas kaufen, müssen Sie dafür zahlen. Ich will es mal so ausdrücken. Was ich vorher über Geld gesagt habe, dass ich keins habe, hat sich seitdem nicht geändert, außer ein unbekannter reicher Onkel ist gestorben und hat mir was hinterlassen. Vielleicht bekomme ich später ein Telegramm. Was den Wagen betrifft, können Sie ihn sich gern zurückholen, aber ich habe ihn nicht. Finden Sie meinen Mann Frank und nehmen Sie ihm die Karre weg. Was übrigens erhebliche Anstrengung kosten dürfte, man könnte ihn ziemlich wild nennen. Na gut, sagte ich, ich denke, ich gehe jetzt. Trinken Sie erst aus. Ich nahm einen weiteren kleinen Schluck, spürte, wie meine Leber sich hinter der Lunge zu verstecken versuchte und stellte das Glas ab. Das reicht mir, sagte ich. Ich stand auf, schob den Stuhl bewusst langsam unter den Tisch zurück und griff nach dem Vertrag. Ich schüttete ihn etwas. Sie haben einen Vertrag unterschrieben. Nö, das war Frank. Frank. Ich komme wieder. Nicht in diesem Sacko. Machen Sie sich nächstes Mal fein. Vielleicht gehen wir tanzen. Ist Frank daheim, können wir mit dem Cadillac herumfahren, aber ich habe das Gefühl, dass Sie mehr ein Diary-Queen-Kerl sind, der am liebsten bei einem TV-Dinner zu Hause trinkt. Manchmal teile ich mein Bier und mein TV-Dinner mit jemandem, sagte ich. Oh, Sie haben einen Hund? Goodbye, Mrs. Craig. Bis zum nächsten Mal, wenn ich den Wagen hole. Ist Frank daheim, sollten Sie vielleicht ein Montiereisen mitbringen. Ich dachte an den Totschläger in meiner Jackentasche. Ich rechne damit, dass er genügen wird. Ja, er kommt natürlich wieder und merkt, dass sie nicht ganz ehrlich war, beginnt aber eine Affäre mit ihr und die haben dann gemeinsam den Plan, Frank aus dem Weg zu schaffen, um Kohle zu machen. Also es sind zwei Unsympathen, auch wenn man zwischendurch ein bisschen Mitleid mit Ed hat. Also ich habe zwischendurch bekommen, aber zum Ende dachte ich. Ja, es ist wirklich wie in meinem Lieblingsfilm. Den solltet ihr wirklich übrigens gucken. Und wenn euch der Film gefallen hat, wird euch auch das Buch gefallen. Oder wenn euch das Buch gefallen hat, auch der Film. Ich kann es euch auf jeden Fall sehr empfehlen. Allein wegen der Dialoge, die so wirklich frech und witzig sind, kann man es wirklich schon lesen und ansonsten will ich nicht viel verraten. Also wenn ihr es gelesen habt und das Video zum Beispiel auf YouTube schaut, dann könnt ihr sehr gerne mal schreiben, wie es für euch das gefallen hat. Das Buch ist jetzt ganz neu im Fester Verlag erschienen. Es ist aber keine neue Geschichte. Also Lenz, der hat viele Sachen geschrieben und ich gehe einfach mal davon aus, dass jetzt noch mehr in Planung ist, das halt auch auf Deutsch zu veröffentlichen. Untertitelung